Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Jana und das hier ist eine kurze Meditation gegen Ärger. Also genau für die Momente, wo du dich tierisch über irgendwas aufregst und mit dem ganzen Ärger aber eigentlich gar nichts anfangen kannst und einen kleinen Quick-Fix brauchst. Das Beste ist natürlich immer, vorher schon zu meditieren, dass der Ärger vielleicht gar nicht so sehr aufkommt und dich nicht mitnimmt, aber wenn du auf die Schnelle eine Lösung brauchst, versuch es doch mit dieser Meditation, vielleicht hilft es ja. Wir starten im Sitzen, finden bequem aufrechten Sitt, schüttel nochmal die Hände durch, gib ein bisschen Energie ab und wenn du davon genug hast, komm langsam zur Ruhe, leg die Hände auf den Knien oder Oberschenkeln ab, schließ gerne die Augen und atme tief ein durch die Nase und blubbernd aus durch den Mund. Genau so nochmal, ein durch die Nase, aus durch den Mund und ein letztes Mal ein und aus. Und dann atme ganz entspannt weiter. Lass den Atem einfach nur fließen und lenke deine Aufmerksamkeit langsam nach innen zu deinem Atem. Und guck mal, was da in dir so los ist. Und wenn du jetzt deinen Ärger triffst, dann beobachte ihn einfach nur. Es ist vollkommen okay, dass du dich gerade ärgerst. Brenne dich nicht in Argumenten, warum du vielleicht recht hast oder nicht recht hast oder warum alles gerade blöd ist, sondern beobachte einfach nur den Ärger. Guck mal, was da los ist. Und wenn du merkst, dass der Ärger dich wieder mitnimmt und du dich wieder von Neuem aufregst, dann lenke deine Aufmerksamkeit erstmal wieder zurück zu deinem Atem. Guck, wie der immer noch ganz entspannt fließt. Und dann beobachte wieder, was in dir los ist. Und versuch den Ärger gar nicht wegzuschieben. Lass den ruhig immer wieder aufkommen. Beobachte ihn eine Weile. Vielleicht findest du auch eine Stelle in deinem Körper, wo du den Ärger ganz besonders merkst. Dann spür in die Stelle rein. Nimm sie wahr. Guck, was da los ist. Und immer, wenn du merkst, dass der Ärger dich packt und mitreißt, immer größer wird, dann beobachte ihn eine Zeit und lenke deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Und dann nimm zum Abschluss noch ein paar extra lange, tiefe Atemzüge. Hol dir mit jeder Einatmung frische, saubere Energie. Lass mit jeder Ausatmung das ziehen, was du gerade nicht brauchst. Vielleicht auch schon ein Stück von dem Ärger. Und dann atme tief ein durch die Nase und blubbernd aus durch die Lippen. Ein durch die Nase. Blubbernd aus. Und ein letzter, weil es so schön ist. Ein durch die Nase. Blubbernd aus. Und wenn du soweit bist, öffne langsam, blinzelt die Augen. Schüttel vielleicht nochmal die Hände und Arme aus. Und ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Dein Geist ist ein bisschen klarer geworden. Und immer, wenn du Ärger hast, mach einfach die Meditation, guck, ob sie hilft. Und versuch, jeden Tag zu meditieren, dann wird das mit dem Ärger nämlich gar nicht so schlimm. Das hilft. Ich freue mich drauf, bald wieder mit dir zu meditieren. Bis dann. Ich freue mich drauf,